jo leute was geht ab mtb cruiser am start ja heute gibt es nur ein kleines trail check video mal wieder seit langem ich stehe gerade neben der autobahn weiß ich wie laut ist deswegen ich mal ein kleines bisschen lauter und hier ist der trail da deswegen würde ich sagen let's go we go this trail schreddern wo geht's denn drehtlager ja hier erster sprung ich bin schon lange nicht mehr hier gefahren schnell war ich da noch nie so jetzt fahren neuere stückchen da oben so ja jetzt sind wir hier auf dem alten stückchen und jetzt geht's auf einem anderen stückchen weiter es ist anstrengend hier immer zu treten wo es geht ja hier schön durchs spinnensetz durch geschreddert das ist aber auch perfekte luft für den trail die luft steht aber egal so da durch hier kleine abkürzung ja hier über aua da sind überall da hat man hier das stück scheiße ich wollte schon sagen um auf dem stück wieder abzubremsen ja also wenn man zu schnell ist bremst man dort von alleine wie man gesehen hat hat man aber alles ok soll ja da oben so wie grad lang jetzt geht's hier auf die normale line dann jetzt hier runter hier an der seite lang so dann kann ich hier so ein bisschen fliege mitnehmen auch da nochmal abzuziehen und ja dann war es das auch mit dem hometrail bis zur nächsten folge schweig tot rein schau wuß da dann du ja Bis zum nächsten Mal.